Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Sixpack Video. Heute anders adjustiert mit Gewichtsweste. Heute steigern wir mal die Intensität. Dafür verkürzen wir die Arbeitszeit von 20 auf 15 Minuten und die Pause erhöhen wir von 10 auf 15 Sekunden. Wir haben acht verschiedene Übungen. Diese werden wir fünfmal hintereinander machen. Es sind insgesamt wieder 40 Intervalle und somit haben wir wieder unsere 20 Sekunden. Die Übungen bestehen aus Blank vorne, Flutterkicks, Blank rechts, V-Sit, Hold, Blank links, Russian Twist mit Beinen am Boden oder Beinen in der Luft, Leg Raises Side-to-Side. Für das habe ich die Kettlebell hergerichtet und die achte Übung beim Tabatterintervall ist das Superman. Das werden wir fünfmal machen. 15 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Dafür mit Gewichtsweste. Wer keine Gewichtsweste hat, kann sich sehr wohl auch eine Gewichtsscheibe vorm Körper hinhalten oder einen Rucksack überschnallen, den er vorne oder hinten platziert. Kurze Trinkpause und dann starten wir. Viel Spaß! Zahl! 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 5 Sekunden Belastung,demn 3 Minuten bissegurer im Atmen wir noch den Tabata-Timer und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Durchbeißen. Nächste Übung Flutterkicks. Auch hier kann man sehr gerne sich mit den Händen abstützen. Nächste Übung Flutterkicks. Nächste Übung Flutterkicks. Nächste Übung Flutterkicks. Nächste Übung Flutterkicks. Entweder Beine angezogen oder ausgeschränkt. Nächste Übung Flutterkicks. 3, 2, 1 Rest. Sie haben auch noch ein Freund. Hey! Reinvoll Wings. 2, 1 Work. 3, 2, 1 Rest. Nächste Übung Flutterkicks. 3, 2, 1 Work. 3, 2, 1 Work. 4, 3, 2, 1 Work. 3, 2, 1 Work muscles. Sehr gut, wir legen unseren Bauch, unser heiß geliebter Superman. 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, let's go. Sehr gut, wir haben unseren Bauch, wir haben unseren Bauch, wir haben unseren Bauch. 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Sehr gut, wir legen uns wieder zur Seite, Lenk rechts. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Genießt die Bauch, wir haben unseren Bauch, wir haben unseren Bauch, wir haben unseren Bauch. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Und wir drehen uns auf die linke Seite. 3, 2, 1, rest. Sehr gut. Gut. nächst du wir machen unseren Bauch, wir haben unseren Bauch, wir haben unseren Bauch. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Und wir legen uns wieder auf den Bauch. 3, 2, 1, rest. Und wir legen uns wieder auf den Bauch. Und wir legen uns wieder auf den Bauch. 3, 2, 1, rest. Wir haben nur eine zweite Runde hinter uns. Wir schlagen noch ein bisschen länger. 3, 2, 1, work. Wir schlagen noch 15. 3, 2, 1, rest. Drehen uns auf die rechte Seite. 3, 2, 1, work. Sehr gut. Wir schlagen noch ein bisschen. Wir schlagen noch ein bisschen. 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, rest. Drehen uns auf die linke Seite. Kleine Linke links. Wir schlagen noch ein bisschen. 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 , als wir schlagen noch ein bisschen. Ich bin. Dass wir hier noch ein bisschen. Drei, 2, 1, work. Und wir legen uns wieder auf den Bauch. Sehr gut, Runde 3 komplett. Wir starten mit Runde 4. Sehr gut, Runde 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, rest. Und wir legen uns auf die rechte Seite. Sehr gut. Und wir legen uns auf die rechte Seite. 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 Sehr gut. Und wir legen uns auf die rechte Seite. Sehr gut. Und wir legen uns auf die rechte Seite. 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 Sehr gut! Vierter Durchgang komplett. Wir starten in die Zielgerade. Wir beißen durch. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Sehr gut! Dring uns auf die rechte Seite. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Sehr gut! Nee, ich stehe in die Zielgerade. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Dring uns auf die linkseite. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Sehr gut! Jetzt durchbeißen, nicht nachlassen. Dring uns auf die rechte Seite. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. onc. 脚 MVP. 3, 2, 1, Rest. ч 가는nen. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Letzten 15. Wir bleiben auf. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht werden wir nächste Woche die Arbeit verlängern, die Pause verkürzen, auch wieder mit der Gewichtsweste. Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche.